ZSA ZSA Gabor Abo ist eine US-amerikanisch-ungarische Schauspielerin. Sie spielte in Filmen wie Moulin Rouge und im Zeichen des Bösen ist aber hauptsächlich durch ihr glamouröses Privatleben mit 8 in Bekannt. Leben ZSA ZSA Gabor wurde als zweite Tochter des ungarischen Garde-Offiziers Wilmus Gabor und seiner Frau, der Schauspielerin Janji Jolie-Teleman Gabor, geboren. Sie hatte zwei Schwestern, Mekde Gabor und Eva Gabor. 1936 gewann die damals 1-9-Jährige einen Schönheitswettbewerb zur Miss Ungarn. Nach einer Ausbildung an der Wiener Musikakademie gab Richard Tauber ihr eine Rolle in der Operette Der singende Traum. 1941 nach der ersten geplatzten Ehe mit einem türkischen Diplomaten folgte sie ihrer Schwester Eva nach Hollywood, um wie diese dort als Schauspielerin zu arbeiten. Bekannt wurde sie vor allem durch unzählige öffentliche Affären, Skandale, Scheidungen und Beleidigungsprozesse, die ihr sogar einen kurzen Gefängnisaufenthalt bescherten. Die Künstlerin wirkte ab 1952 in etwa 50 zumeist kleineren Filmen und in zahlreichen Fernsehproduktionen mit, wofür sie 2004 mit der Mitgliedschaft in der B-Movie Hall of Fame geehrt wurde. In dem Film Moulin Rouge, der das Leben des Malers Henry de Toulouse-Lautrec darstellte, spielte ZSA ZSA Gabor die Sängerin Gayne Abel. Am 27. November 2002 war ZSA ZSA Gabor in einen Verkehrsunfall auf dem Sunset Boulevard in Los Angeles verwickelt. Sie erhielt 2 Millionen Dollar Schadensersatz. Seitdem sitzt sie im Rollstuhl und ist vor allem wegen verschiedener Krankenhausaufenthalte in den Medien. ZSA ZSA Gabor war bisher achtmal verheiratet, 1938 zu 1941 mit Bohan Asaf Bege, Pressechefe des türkischen Außenministeriums. Er wurde später als Schriftsteller und Diplomat bekannt, 1942 zu 1947 mit Konrad Nicholson Hilton, Hilton Hotelgründer, mit dem sie die einzige Tochter Constance Francesca Hilton hat, 1949 zu 1954 mit George Sanders, Schauspieler, der später ZSA ZSHS Schwester Magda heiratete. Gabor hatte während dieser Ehe eine Beziehung mit Porfirio Rubirosa, einem dominikanischen Diplomaten und internationalen Playboy, 1964 zu 1966 mit Herbert Hunter, Finanzberater Industrieller. 1966 zu 1967 mit Joshua S. Koston J. R. Geschäftsmann, 1975 zu 1976 mit Jacques W. Rhein, Designer und Mieterfinder der Barbie-Puppe, 1977 zu 1982 mit Michael O'Hara Anwalt. Kuriosum ZSA ZSA Gabor hielt 1982 eine Heiratszeremonie mit Felipe D. Alba ab. Diese Heirat war von zweifelhafter Legalität, da ZSA ZSA noch mit Michael O'Hara verheiratet war und die Zeremonie zwar von einem Schiffskapitän, jedoch nicht in internationalen Gewässern abgehalten wurde. Die Ehe, die im Übrigen nur einen Tag dauerte, war darum aus mehreren Gründen ungültig und musste nicht annulliert werden. Achte seit 1986 mit Fräterik Prinz von Anhalt, aufgrund ihres durch ihre Kurzsehen mit Millionären angesammelten Vermögens, insbesondere Immobilien und Schmuck, sowie ihrer eigenen diesbezüglich eindeutigen Aussagen und der Vermarktung dieses Images wird Gabor in Ephraim Katz der Film in Cyclopidee als teuerste Kortisane seit Madame de Pompadour bezeichnet. Neben ihrer erfolgreich inszenierten Präsenz als Celebrity und Socialite verblasst ihre Filmkarriere, die hauptsächlich Rollen in B-Movies aufweist. Filmografie Auszeichnungen 1958 Golden Globe Spezialauszeichnung für die glamouröseste Schauspielerin Stern auf dem Hollywood Walk of Fame Am 15. Juni 2011 wurde ein Asteroid nach ihr benannt, Z. Zazer. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017